Hallo du, Schuvi-Du. Hallo du, Du. Hast du den Duden gesehen? Ähm, nein, heute habe ich ihn noch nicht gesehen. Ach, aber schau mal, da kommt er ja gerade. Was macht denn der da? Ich weiß es auch nicht. 21, 2, 21, 3, 21, 4, 21, 5, 21, 6. Hallo du, Duden, was machst du da? Unterbrich mich nicht, Schuvi-Du.